Im Studio, meine Damen und Herren, begrüße ich Jens Nowotny, bis 2007 aktiver Bundesliga-Fußballspieler. Dann haben sie wegen Knieproblemen ihre Karriere beendet. Als sie wegging, schrieb die Zeitschrift Die Welt, der abgezockterste Profi unter der Sonne. Geschäft hat damals auch schon eine Rolle gespielt. Daran angeschlossen die Frage, ist es für einen Fußballspieler wichtig, im nationalen Mannschaftskader zu sein? Oder lebt er nicht sowieso in der Welt seines Vereins und letztendlich auch im Gehaltsgefüge? Ja, letztendlich muss es das Ziel sein, erstmal ganz nach oben zu kommen, zu dem Besten zu gehören. Wenn man Fußball spielt, dann spielt man das erstmal um des Spieles willen, weil es einem Spaß macht. Und dann kommt natürlich der Erfolgshunger. Und ich glaube, das Ziel sollte immer sein, das Bestmögliche aus dem, was einem in die Wiege gelegt wurde, zu machen. Und da ist Bequemlichkeit der falsche Ansatz. Hat Joachim Löw die Auswahl aus einer Fülle von Spielern oder ist die Leistungsspitze doch überschaubar zurzeit im deutschen Fußball? Nee, also hat es schon eine sehr große Auswahl, vor allen Dingen, weil in den letzten Jahren natürlich die Ausbildung der jungen Spieler, man hat es ja im Bericht auch gesehen, es sind sehr, sehr viele junge Spieler, gerade Anfang 20, die da in den Fokus rücken, die noch zur EM mit dazukommen können. Und da ganz wenig, die jetzt in ihrem, ich will es mal nennen, besten Fußballeralter sind, so Mitte 20, Ende 20, mit Erfahrung. Nee, da kommen schon die Jungen nach. Also da gibt es eine sehr große Anzahl an sehr gut ausgebildeten Spielern und da muss uns nicht Angst und Bange werden. Hat sich das Spielerprofil von Ausbildung und auch von Einsatz her gegenüber Ihrer Zeit geändert? Hat sich der Fußball geändert? Auf jeden Fall. Nicht nur, dass er athletischer und nochmal schneller geworden ist. Er ist auch kurzlebiger geworden. Das heißt, dass die Jungs, die heute mit 18, 19 Profi werden, dass die mitunter schon fast fertig ausgebildet sind. Und wir in meiner Zeit, und da meine ich vor 20, 25 Jahren, was ja auch nicht allzu lange ist, hat man noch Zeit gehabt, sich während des Profi-Seins zu entwickeln zu einem gestandenen Spieler. Das musst du heutzutage schon mit Anfang 20 sein. Ansonsten kommt die nächste Generation nach und die ist nicht mehr 10, 15 Jahre entfernt, sondern die ist nur noch ein, zwei Jahre entfernt. Und die ist nicht schlechter ausgebildet und die ist noch erfolgshungriger und somit hast du einen größeren Druck. Vieles hängt auch am Trainer, sagt man immer wieder. Sind die Trainer auch professioneller, taktischer geworden als früher? Ich glaube, da macht man einen zu großen Beheiterung. Ein Trainer ist heute genauso wichtig wie vor 10, 15, 20 Jahren. Er ist derjenige, der eine Mannschaft führen soll, dass er zusammenhält, der das Gefüge einer Mannschaft am Leben erhält und gewisse Strömungen dann ausgleichen muss. Und was auf dem Platz passiert, die Einflüsse, die er hat, die müssen im Vorfeld schon trainiert werden, damit die Mannschaft weiß, wenn der Trainer eine Umstellung macht, was er dann von ihr will. Das heißt, er ist wichtig, aber er ist nicht wichtiger geworden. Joachim Löw ist Weltmeister mit seiner Mannschaft von damals. Welche Chance hat der deutsche Fußball im Moment? Tja, als Weltmeister geht man als Favorit in der Europameisterschaft. Das hat sich auch gezeigt, dass wir, wenn es darauf ankommt, auch in der Qualifikation, wenn es jetzt vielleicht nicht so souverän war, trotzdem, wir haben sie gemeistert. Und ich bin davon überzeugt, dass wir auch wirklich bis zum Ende dabei sind. Natürlich hat man in diesem Turnier auch Konkurrenten wie das Gastgeberland, wie Frankreich oder auch wie England, die erstarkt sind. Aber ich glaube, ein bisschen Zweckoptimismus ist dabei, aber ich glaube an den Titel. Welche Rolle spielt eigentlich das Heimatland? Sind die Franzosen dadurch, dass sie zu Hause spielen können, bevorzugt? Das nicht. Man hat es in Brasilien gesehen bei einer Weltmeisterschaft, dass der Druck dann zu groß wurde für Brasilien selbst, für die Mannschaft, die schon vor dem Spiel, als die Nationalhymne eigentlich gespielt wurde, als dann plötzlich das Stadion, die Musik und alles übertönt hat. Und ja, es war, wie gesagt, der Druck wurde einfach zu groß. Frankreich ist ein bisschen was anderes. Ich glaube, dass Frankreich als Nation nicht zu viel erwartet von ihrer Nationalmannschaft und dass die aber mit den Fans im Rücken eine richtig gute Rolle spielen werden. Die Fans müssen sich auch Gedanken machen um die, jetzt sage ich mal, gesellschaftspolitische Situation, sprich die Anschlagsgefahr, die ja gegeben ist. Sicherheitsinstitutionen warnen schon vorab beeinflusst, dass Spieler, denken die während des Spieles an solche Dinge oder kann man das abschütteln? Also während des Spiels nicht. Da konzentriert man sich wirklich, da ist man in so einem Tunnel drin, dann zählen nur die 90 Minuten oder bis der Schiedsrichter abpfeift. Aber klar, man macht sich schon Gedanken im Vorfeld. Man bekommt auch von der Familie, von Freunden immer wieder das Thema, ja, habt ihr da besondere Vorsichtsmaßnahmen? Wie sieht es da aus mit dir in der Situation? Die Medien tun ihren Teil dazu bei. Es ist eine besondere Situation und man muss es im Vorfeld natürlich alles, die Risiken minimieren, damit wirklich das Event eigentlich stattfinden kann, um das es geht. Und das ist Fußball. Ja, man darf sich vor allen Dingen nicht beeinflussen lassen in seiner Entscheidung durch Extremisten, durch Terroristen. Das ist richtig eine Abschlussfrage. Sie haben in Karlsruhe, in Leverkusen und in Zagreb gespielt. Wo gehen Sie heute hin, um mal Fußball zu schauen? Ja, Leverkusen ist vor der Haustür. Da ist über weite Schränke guter Fußball geboten und nächstes Jahr auch wieder Champions League Fußball. Also das ist nahe liegen, dass ich da hingehe. Ich bedanke mich für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben und für Ihre Einschätzung. Guten Heimweg. Danke.